Wir von der ThyssenKrupp Steering sind in Lichtenstein daheim und auf den Straßen der Welt zu Hause. Unsere Längssysteme sind die Nummer 1 in jedem vierten Auto weltweit. Hallo Zehmer, ich bin der Wohra, im zweiten Lehrjahr als Anlagenführer bei der ThyssenKrupp Presta AG und heute will ich euch sagen, was ein Anlagenführer halt so macht. Hallo Zehmer, ich bin Zehmer Null Bütthüner, bin in der zweiten Lehrjahr als Anlagenführerin in der ThyssenKrupp Presta AG und ich möchte erhöht meine Tätigkeit erzeugen. Wir überwachen und analysieren die Fertigungsanlagen. Dazu planen wir noch eigenständige Planer und Maschinen auf verschiedene Produkte um. Das Besondere an unserer Firma ist, dass wir eine Autokultur haben. Das macht alles ein bisschen lockerer. Für den Beruf Anlagenführer braucht man ein technisches Verständnis und man muss jederzeit flexibel sein. Also was mir besonders und im Beruf gefällt, dass man auf der Maschine arbeitet und dass wir eine tolle Teamarbeit haben. Ich erricht Fertigungsanlagen ein und nehme sie in Betrieb und bediene sie. Dazu tue ich noch Rüster, Reparieren, Montieren und Messen. Zu meiner Tätigkeit gehört auch noch das Umbauen dazu, damit man ein anderes Produkt starten kann. Immer wieder tue man nach dem Prüfplan die Teile messen. Wir haben elf verschiedene Abteilungen und schaffen in Zweierschichtbetrieb. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick im Profsalltag, falls sie deine Interessen geweckt haben. Das ist die Hütte noch für die Stelle als Anlage für uns Bewerber. Ich habe bei der Presta eine Lehre gefunden, die zu mir und meinem Leben passt. Werde auch du Teil unseres Teams und gib deiner Lehre den richtigen Drive. Ja, derfluss Nur. Bis zum nächsten Mal.